Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch meine Porcelio Levis Panda. Das sind Asseln, keine Kellerasseln, sondern eine wunderschöne Zuchtform in schwarz-weiß. Die Porcelio Levis ist eine Asselart, die besonders groß und massig wirkt. Ihre Wildform ist einfach nur schlicht grau. Sie vermehren sich sehr gut und sind auch oft am Tag zu sehen. Man hat auch immer etwas Spannendes zu beobachten, wie die beiden, hier im Video, die um einen Brocken Futter kämpfen. Diese Asselart ist besonders gut für Anfänger geeignet. Sie punktet mit ihrer Größe, der Vermehrungsfreudigkeit und den verschiedenen Zuchtformen. Besonders beliebt sind sie in Feuchterrarien als Bodenpolizei oder auch als kalziumreiches Futtertier.